Meine heutige Gesprächspartnerin ist Frau Wild von der Ergotherapie Wild in Biesdorf. Frau Wild, welche Dienstleistungen bieten Sie an? Wir bieten Handtherapie, Sensibilitätstrainings, wir arbeiten mit Spiraldynamik, von Leistungstraining und Konzentrationstrainings. Bieten Sie diese Dienstleistungen nur für Erwachsene an? Nein, wir arbeiten auch ganz viel mit Kindern. Was ist die Hauptaufgabe der Ergotherapie? Die Ergotherapie beschäftigt sich mit den Dingen, die im Alltag nicht funktionieren und wir beüben die Sachen, dass der Patient im Alltag wieder besser klarkommt. Muss ich mich bei Ihnen vorher anmelden oder kann ich auch so vorbeikommen? Ja, man muss sich bei uns anmelden. Um behandelt zu werden, benötigt man eine Ergotherapieverordnung vom Arzt. Frau Wild, ich bedanke mich für die Informationen.